Prinzessin Kate oder Megan Markele, wer hat den größten Stileffekt? Als zwei der bekanntesten Frauen der Welt haben sowohl die Prinzessin von Wales als auch Megan Markele großen Einfluss auf die Welt der Mode gehabt. Die Prinzessin von Wales und Megan Markele, die 5000 Meilen voneinander entfernt leben, sind zwei der größten Modeeinflüsse der Welt. Vom Vereinigten Königreich bis in die USA haben die beiden die Welt der Mode beeinflusst, indem sie in verschiedenen Stücken verschiedene Marken und Unternehmen auf der ganzen Welt auftraten, aber wer hatte den größten Stileffekt? Prinzessin Kate oder Megan? Die Prinzessin von Wales, die 2011 offiziell der königlichen Familie beitrat, wird seit langem für ihren tadelosen Stil gefeiert. Genau wie ihre Schwägerin hat auch Megan viele Fans beeinflusst. Eine Tasche von Stradbury, die sie 2017 trug, war auf der Website innerhalb von elf Minuten ausverkauft, nachdem Bilder von ihr im Internet erschienen waren. Karte ist auch dafür bekannt, Marken über Nacht weltweit bekannt zu machen. Designerin Jennifer Kamandi, deren elegante High Heels sowohl von Karte als auch von Megan getragen wurden, sprach zuvor über deren Einfluss auf ihre Marke. Wie Harpers Basar berichtete, sagte sie zuvor, die Steigerung der Markenbekanntheit und der Anfragen erfolgte sofort, nicht nur in Großbritannien, sondern insbesondere in den USA. Die Herzogin von Sussex, die 2018 offiziell der königlichen Familie beitrat, wählte für einen Besuch der Robert-Kleck-School in Dagenham im Jahr 2020 ein paar zweifarbige Pöms mit dem charakteristischen Riemen der Marke. Prinzessin Kate folgte bald ihrem Beispiel und trug die schwarzen Wildlederpöms Lorenzo 105 für einen Besuch des 5. und A-Museums im folgenden Jahr. Laut Kamandi war der Karte-Effekt sofort da und die Marke erhielt Nachrichten von Händlern weltweit, die schnell den Stil haben wollten, den die Mutter von drei Kindern trug. Laut Daily Mail hatte Karte britische Marken schon lange vor Megan hervorgehoben. Obwohl Megan Marken wie Veja und Aquazora gefördert zu haben scheint, hat Karte der britischen Modebranche Berichten zufolge einen Zuwachs von schätzungsweise eine Milliarde Pfund beschert. 2022 wurde Karte auch bei einem Polospiel für wohltätige Zwecke mit den Alicia Camilla Elfig Pöms gesichtet. Obwohl sie bereits zu den beliebtesten Schuhen der Marke gehörten, gingen die Verkäufe durch die Decke, als die Royal sie trug. Laut Harpers Bazaar sagte Designerin Camilla, zu der Zeit war der Stil ohnehin unser beliebtester, aber als die Leute sahen, dass Karte ihn trug, waren die Schuhe komplett ausverkauft. Punkt Megan sprach zuvor mit der New York Times über ihren eigenen Stileinfluss und den Megan-Effekt. Die Mutter von zwei Kindern sagte, wenn ich weiß, dass die Welt im Rampenlicht steht und jedes Detail dessen, was ich trage oder nicht, beachtet wird, unterstütze ich Designer, mit denen ich wirklich gute Freundschaften habe, Das ist eines der wirkungsvollsten Dinge, die ich tun kann, und das ist einfach, zum Beispiel einen Ohrring zu tragen. Punkt Während des weltweiten Lockdowns, der im März 2020 begann, steigerten Kates Looks die weltweiten Modesuchenberichten zufolge um 96 Prozent. Laut love-the-sales.com konnten Megans Outfits, im Gegensatz dazu, seit diesem Monat nur einen Anstieg der weltweiten Suchanfragen um 35 Prozent verzeichnen. Auf der Website heißt es, Kates Outfits sind viermal häufiger ausverkauft als Megans, wobei 15 von 17 Outfits für Karte sind derzeit ausverkauft und einer von Magans sechs Looks ist nicht mehr vorrätig. Untertitelung des ZDF, 2020